Otschaft unseres Herrn Jesus Christus Anluz de Maria 22. März 2023 Geliebte Kinder Mein Segen und meine unendliche Barmherzigkeit sind mit einem jedem meiner Kinder. Als liebender Vater warne ich euch immer wieder, damit ihr euch vorbereiten könnt, je es zu spät dafür ist. Geliebte Kinder Angesichts des fehlenden Glaubens bei einem so großen Teil meiner Kinder, wenden sich viele von ihnen wegen ihrer schlechten Neigungen von mir ab, insbesondere wegen denen des Fleisches und der Dämon nutzt dies aus, um den Verstand meiner Kinder zu unterwandern. Ich rufe euch dazu auf, euch selbst zu prüfen und auf den Weg zurückzukehren, der zu mir führt, gerade jetzt in dieser Zeit, in der der Heilige Geist auf besondere Weise in euch wirkt, damit ihr eure Seele retten könnt. Es sind so viele, die verwirrt sind und die deshalb nicht Teil meines mystischen Leibes sein wollen. Ich bin der gute Hirt, Jo 10,11, der Seelen und ich habe meine auserwählten Söhne, meine Priester, dazu berufen, so wie ich liebevolle Hirten für die Seelen zu sein. Dennoch müssen sie stets geradlinig handeln und dürfen der Sünde nicht zustimmen. Die Menschen sind in jeglicher Hinsicht gebrochen. Ihr Motto lautet jetzt, ich möchte noch beliebter werden. Die Gebote Gottes werde ich nicht befolgen. Die Menschheit hat sich in ihrem technologischen Fortschritt verloren, sie nutzt die Wissenschaft für das Gute, aber auch, um den Mitmenschen Schaden zuzufügen. Die Menschen haben die Gelassenheit verloren und sind ins Delirium verfallen, nun widmen sie ihr gesamtes Tun und handeln dem Satan. Der Antichrist reist um die Welt und hält sich besonders in den Ländern auf, die sich seinen Idealen, Projekten, Ambitionen, Vorgaben und Gesetzen unterworfen haben. Diese werden bald gezwungen werden, sie alle in die Tat umzusetzen und zu befolgen. Meine Kinder eilen schnellen Schrittes auf eine Zeit zu, in der sie unter der Hand des Antichristen leiden werden. Dieser herrscht jedoch auch jetzt schon und steht an der Spitze aller Großkonzerne der Welt. Der Antichrist zieht durch Europa und bereitet dessen Niedergang mithilfe des Krieges vor. Der Bär besitzt die Macht, um die Menschheit in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen, beginnend in Europa. Meine Kinder stützen sich auf ihre angeblichen materiellen Sicherheiten. Diese Sicherheit, welche die Wirtschaft bietet, wird jedoch bald wegbrechen. Die Weltwirtschaft wird zusammenbrechen, Kinder. Lasst euch nicht in die Ehre führen, wenn man euch sagt, dass es einen Wirtschaftsboom geben wird. Glaubt ihnen nicht. Kinder, bereitet euch so vor, wie es einem jeden von euch möglich ist. Ihr müsst die nötigen Mittel haben, um alles Notwendige anschaffen zu können. Jenen, die nicht über diese Mittel verfügen, werde ich selbst das Manna aus meinem Hause senden, denn ich werde meine Kinder nicht sterben lassen. Vergleiche Jo 6, 30 bis 35 Kinder, die Mächte der Welt führen eine Währung aus Metall ein und die Papierwährungen, mit denen ihr im Moment alles Überlebensnotwendige kauft, werden verworfen. Dies wird zwar nicht in allen Ländern Anwendung finden, aber in den meisten. Ich rufe die Menschheit dazu auf, ihr im Gebet und in brüderlicher Einheit zu verharren, vergleiche MT 6 und 20,41, und entsprechend zu handeln, denn dies ist für euch, meine Kinder, jetzt sehr wichtig. Der Kampf um die Seelen hält an, es tobt eine fürchterliche geistige Schlacht und deshalb müsst ihr stets im Guten handeln. Alle egoistischen, hochmütigen, imposanten und stolzen Geschöpfe werden leiden, wenn sie merken, dass sie noch törichter sind als die demütigen und einfachen Geschöpfe. Es wird ein Krieg großen Ausmaßes kommen, unter dem Einfluss der Macht des Dämons. Der Bär handelt plötzlich und unerwartet und verursacht großes Entsetzen. Der Adler fliegt in großer Höhe mit einer Geheimwaffe in den Krallen, er braucht keine große Flugzeugflotte, denn ein einziges reicht, um Entsetzen auszulösen und seine Brüder zur Flucht zu zwingen, die er selbst nun als Feinde sieht. Bietet, meine Kinder, Bietet, damit ihr, wenn der Hunger kommt, nicht in Verzweiflung geratet, sondern vielmehr darum bittet, dass meine Engel euch mit Nahrung versorgen mögen, die euren Hunger stellt. Meine Kinder, meine Mutter hat euch dazu aufgerufen, die gesegneten Trauben zu bevorraten, ihr werdet sie brauchen, um euren Hunger zu stellen. Mein Haus hat euch die Heilpflanzen gezeigt, mit denen ihr die kommenden Krankheiten bekämpfen könnt, nehmt dies ernst und seid dankbar für diese Hinweise. Bereitet alles vor, denn die Krankheit zeigt sich bereits und wird sich im weiteren Krankheitsverlauf auf die Haut auswirken. Meine Kinder, ihr Geschöpfe des Guten, bietet und bewahrt die Stille, damit euer Geist ruhig und ihr so zum Segen für eure Brüder werdet und damit ihr das umsetzt, was ihr predigt. Während das Böse immer mehr Herzen einnimmt, leuchtet das Gute heraus, denn die Finsternis wird das Licht niemals überwältigen können, niemals. Ich, euer Herr und Gott, brenne in der Wüste und brenne euch kristallklares Wasser, das nicht nur den Durst stillt, sondern auch die verhärtetsten Herzen heilen kann, vergleiche Jo 4, 13 bis 14. Selbst wenn ihr von euren Verfolgern unzingelt seid, werde ich, euer Herr und Gott, euch befreien. Waffen können nichts gegen meine himmlischen Heere ausrichten und deshalb habe ich meine Kinder in ihren Schutz gegeben. Alles was ihr benötigt, wird euch gegeben, wenn ihr gutes Zeugnis abgibt und mit Glauben meine Lehren befolgt. Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot, Jagd 2,26. Ich segne euch, meine Kinder und ich liebe euch mit ewiger Liebe. Euer Jesus A.V.I. Maria, Allerreinste, ohne Sünde empfangen A.V.I. Maria, Allerreinste, ohne Sünde empfangen A.V.I. Maria, Allerreinste, ohne Sünde empfangen Kommentar von Luste Maria Brüder und Schwestern Unser Herr Jesus Christus behütet uns wie ein wahrer Vater und liebt uns so sehr, dass er in allen Bereichen für uns vorsorgt, damit wir nicht verloren gehen. Es ist ein großes Privileg, dass wir vor allem gewarnt werden, was passieren wird. Der freie Wille des Menschen spielt hierbei eine große Rolle, wir müssen entscheiden, ob wir sagen, ja, ich glaube, oder nein, ich glaube nicht, denn wenn wir warten, bis alles eintrifft, ist es vielleicht schon zu spät. Vorsicht, Brüder und Schwestern! Bleiben wir in geistiger Alarmbereitschaft, damit wir nicht zu Fall gebracht werden und schauen wir, wie wir selbst dem Glauben vorsorgen können. Die Nahrung wird uns nicht ausgehen, wenn wir uns genügend vorbereitet haben und wenn wir glauben, was das Wort Gottes uns versprochen hat. Gottvater 2.12.2009 Ich, als Vater der gesamten Menschheit, segne euch und so wie ich euch heute gefragt habe, wo bist du, mein Volk, so sage ich euch heute auch, dass ich euch segne, weil ihr auf meine Rufe gehört habt. Ihr aber, meine Kinder, müsst wissen, dass die Zeit drängt und dass ich von euch eine vollkommene und bedingungslose Hingabe fordere, ebenso wie vollkommenen und bedingungslosen Gehorsam. Unser Herr Jesus Christus 24.10.2021 Ich möchte euch nicht ängstigen, sondern warnen. Eure spirituelle Vorbereitung ist vorrangig, danach erst folgt die Vorbereitung von Lebensmittelvorräten, entsprechend den Möglichkeiten jedes Einzelnen. Ich werde das, was meine Kinder besitzen, vervielfältigen, solange das, was sie bevorratet haben, tatsächlich den ihnen zur Verfügung stehen bemitteln entspricht. Unser Herr Jesus Christus 18.02.2015 Dies ist eine geistige Schlacht, aber auf diese Schlacht wird der Krieg folgen. Der dritte Weltkrieg wird die größte Geißel sein, die man je gesehen hat. Und wenn ich in diesen kommenden Krieg nicht einschreiten würde, würde die gesamte Menschheit ausgelöscht werden. Ich werde jedoch mein heiliges Volk retten und ihm in meinem Herzen und in dem meiner Mutter Zuflucht gewähren, um den Feind zu vertreiben, der sich bereits mitten unter den Menschen befindet, ohne dass diese es erkannt haben. Die Allerheiligste Jungfrau Maria 13.05.2013 Alle meine Kinder, die unter meinem Schutz stehen und den Glauben an das Heilsversprechen bewahren, dass ich jenen gegeben habe, die treu sind, werden, wenn die Macht vom Himmel herabsteigt, meinen Sohn bei seinem zweiten Kommen begleiten. Sie werden der heilige Rest sein, der, vereint unter dem großen Hirten, mit Jubelrufen den Triumph der wahren Kirche feiern wird. Amen Amen